Danke, dass du Pater Arme gerettet hast. Mal sehen, ob wir ein nützliches Erbzeug finden. Was ist? Oh, du hast Pater Arme gerettet, richtig? Ich sehe in letzter Zeit... Davon werde ich nicht. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Ich sehe in letzter Zeit sehr viele Abenteurer in der Gegend. Ich sehe in letzter Zeit die Hälfte einer Hälfte. Ich sehe in letzter Zeit, die Hälfte, die Hälfte im Sommer abgelennt. Und ich sehe in Corona. Und? Gibt es Neuigkeiten? Willst du meine Waren sehen? Die Steintafel in der Kathedrale? Oh, die Platte, auf der etwas über die Arche steht, richtig? Echt naiv, wenn du an so eine erfundene Geschichte glaubst. Willst du meine Waren sehen? Und? Gibt es Neuigkeiten? Was ist? Oh, du hast Pater. Oh, du suchst also nach der Arche? Was ist das für ein schönes Wetter? Ähm. Ähm. Gute Arbeit. Jedes Mal, wenn du den Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Leben zu schreiben. Brüge und Schwestern, lasst uns beten. Brauchst du vielleicht Hilfe? Das Stück einer Tafel? Suchst du etwa die Arche? Du bist wie Roden. Das Stück einer Tafel ist wie die Arche. Das Stück einer Tafel ist wie eine Tafel. Das Stück einer Tafel ist wie eine Tafel. Ich frage mich, was Nehria wohl gerade macht. Hallo. Wie kann ich weiterhelfen? Hallo. Was kann ich für dich tun? Möchtest du die Tafel über die Arche sehen? Ich habe eine kleine Karte. Ich habe eine kleine Karte. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten vielleicht helfen. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel. Die Steinmetze vom Stammhügel könnten die Steinmetze vom Stammhügel. Von außen scheint Pride Home ein ganz normales Dorf zu sein. Aber eigentlich ist es einer der heiligsten Orte der Welt. Pride Home ist und bleibt ein beliebtes Pilgerziel. Und gibt es Neuigkeiten? Schreiten. Vielen Dank. Brüder und Schwestern, lasst uns beten. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Möge Regulus über diese Seele wachen. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Mal sehen, ob wir nützlich sind. Und, wie gefällt es dir in Prythome? Was für ein schönes Wetter. Es gibt nichts zu melden. Gibt es etwas, das du... Und? Gibt es Neuigkeiten? Mögen die... Sag mal, wo kommst du denn? Pass auf die Grabräuber auf. Es gibt immer mehr von diesen Gift-Klauen-Räubern. Das ist eine Hölle. Wirklich. Und? Das ist ein bisschen höher. Und? Es gibt es nicht mehr von einem Schuss. Das ist ein bisschen höher. Aber das ist ein bisschen höher. Mögen wir dich. Aber das ist ein bisschen höher. Was ist das? Sag mal, wo kommst du denn her? Und? Passiert heute etwas Aufregendes? Passiert heute etwas aufregendes. Passiert heute etwas aufregendes. Passiert! Untertitelung des ZDF, 2020